Moin Moin ihr Lieben, ich habe einen Gewinner ausgelost. Erstmal muss ich sagen, vielen Dank, dass ihr so schön mitgemacht habt. Das hat mir sehr gut gefallen. Sehr, sehr viele haben die richtige Antwort verraten gehabt. Und zwar 74 von euch, 23 davon alleine schon auf der Farm und 51 auf YouTube. Das hat mir sehr gut gefallen. An alle, die die Antwort nicht wussten, wie lange hat er gebraucht bis Level 40? Es gab einen großen Bericht darüber. Hätte jeder nachlesen können, also es war kein Geheimnis. Man hätte nicht den Livestream immer verfolgen müssen und das Ganze. Man konnte es einfach nachlesen. Und dementsprechend haben es ja auch 74 von euch gewusst. Dann muss ich, bevor ich den Gewinner verkünde, noch sagen, dieses Lied hier geht mir überhaupt nicht mehr aus dem Kopf. Ich bin mit dem Lied im Kopf gestern eingeschlafen und heute Morgen wieder aufgewacht. Ich weiß nicht, vielleicht muss ich eine Therapie machen, das geht gar nicht mehr weg irgendwie. Was mir auch nicht mehr aus dem Kopf geht, ist das hier. Ich weiß nicht, wie oft ich das gesehen habe. Lieber Tarsitz, da hast du einen rausgehauen. Meine Güte. Zu diesen 1300 noch was Klicks habe ich ordentlich beigetragen. Ich habe das sehr oft gesehen. Das hat mir unglaublich gut gefallen. Und da bin ich auch gespannt, wer gewinnt. Da habe ich auch mitgemacht. Ich fand die Antwort sehr leicht, aber ich weiß nicht, ob das für alle so einfach war. Na ja. So, wir kommen zum Gewinner. Was machen wir denn da für den Hintergrund? So, das machen wir als Hintergrund. Okay, der Gewinner ist Trommelwirbel. Kopo the Kopo. Du hast gewonnen. Du bekommst den Rüdiger von mir. Und herzlichen Glückwunsch. Ich brauche von dir deinen Ingame-Nick. Aber ich glaube, den hast du auch dazu geschrieben. Aber auf jeden Fall brauche ich deine ID. Die User-ID. Die steht unter deinem Spiel in diesem Holzrahmen. Da steht ID und dann steht da eine Nummer. Die musst du mir bitte schreiben. Du hast auf YouTube mitgemacht. Also schreib sie mir auch auf YouTube. Kannst auch auf die Farm schicken. Ist egal. Ich werde das schon erkennen. Herzlichen Glückwunsch dir. Viel Spaß mit deinem Rüdi. Und das war es dann. Mehr wolltet ihr ja gar nicht wissen. Okay, tschüss.